Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React March Wind Compilation 2021. Wollen wir mal gucken, was so tolles alles im März passiert ist. Beziehungsweise müsste für Februar sein, oder nicht? Ist das nicht mal ein Monat danach? Meinst du ist ja noch nicht um. Müsste für Februar sein. The best of Februar steht sogar dahinter. Erstmal leiser. Not bad. Puh, Alter. Was macht die? Was hat die vor? Oh, aber die will in den Schrank. Ist das ein Zwieback? Warum ist so ein einziges Tierhorn in der Tüte? Ja, not bad. Da verdient die sich denen auch auf jeden Fall. Tiere sind aber die Besten. I can't hold it still enough. Oh, oh, oh. Oh, Dandy. Amerika. Wo unsere Häuser aus Plastik sind. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Man hat vergessen, die Tür zuzumachen. Das hätte ich gerne weitergezählen. Hä? Oh, ne Axt. Das sieht nice aus. Oh, Misha. das lego cool auf jeden fall aber also sieht auf jeden fall mega cool aus auch mit den seiten hier aber was ist das muss man das kennen ist das von star wars sieht ein bisschen aus von star wars aber das sagt mir nix ich habe auch die neuesten teile nicht gesehen aber auch ein bisschen unnötig ein nahtlapfeln das gehört auch noch nicht gespielt hat das soll richtig gut sein das ist geil das ist auch verdammt geil was ist was besonderes das ist ja mal mega smart das ist ja mal zehn von zehn smart das ist ja zehn von zehn das ist amazing das amaze mich wirklich das geht ja mit allem das muss ja mit allem gehen also auch mit pfannekuchen oder so was beispielsweise sondern jetzt nicht zu labrig sind aber das ist ja super smart das find ich geil playmobil was ist das für ein handy was ist für eine marke das sieht aus wie sam das ist ja so cool steht da steht bei welchem marke muss ich gleich mal googeln das ist ja mega cool das ist ja viel geiler als die ganzen kappen dies das sieht scheiße aus die hatte ich damals auch als kind wie sind die hot hot wheels racing bahn oder so was da ist wir haben ein vergessen zu hause auch nicht schlecht zum segerblatt kuchen das ist so eklig finde ich irgendwie das ist ja original sound Nicht schlecht. Okay, wir spielen schon. Das ist aber kein Schuss, glaube ich. Das ist geil. Ja, wenn das das mal schief geht, dann fliegt er wohl dahin, als er tot. Aber wie kam jetzt jemand dazu so schnell hin? Achso, der hat die da schon festgelegt. Das ist cool. Hier ist wie ich gelernt, dass vielleicht mein Gehirn nicht so gut funktioniert als alle anderen. Ein paar Jahre später, ich sah diese Tandem-Bike für sale. Und das erste Gefühl, ich hatte, wenn du das Backseed auskommstst und es mit dem Hörschenkopf auskommstst, dann würde ich mir ein Centaur auf einen Bickel sein. So, ich habe es. Und jetzt, wenn ich mich immer, ich bin der Centaur von Attention. Was ist da denn? Wer? Hey, Bruder, geh weg da! Ah, diese Lego-Apparate, die kenne ich. Cool, aber total unnötig. Was ist das denn? Ist das Kleber in der Dose? Ja. Wollen das nicht die Dinger, die Sachen ausweisen? Wollen. Wollen. Respekt. Wunder. Klavier spielen jetzt auch richtig geil. Wenn man das kann. Ne, klar ist er mehr. Thanks for watching. Ja, muss ich sagen, also, was ist das mit dem... Neues Handy, finde ich geil. Muss ich gleich mal schauen, was das für eine Marke ist. Wie viel teuer? Das würde aber bestimmt locker die 2.200.000 kosten. Viel zu teuer für mich. Und... Wo war das mit dem Pfannekuchen? Das war super smart. Oder mit dem Toast war das, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber das fand ich super cool. Nicht schlecht, ein paar coole Wins. Dann sage ich immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.